Die Bewertung dieses Casio Produktes ist 9 von 10. Es ist das offensichtlichste in dieser Auswahl. Die Stärken sind, für Anfänger, Preis-Leistungs-Verhältnis. Am Ende der Beschreibung dieses Videos finden Sie den Link zu weiteren Informationen oder den aktuellen Preis dieses Produkts. Die Endnote für diesen Casio Artikel ist 9 von 10 Punkten. Es hat im Moment das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Seine Vorzüge sind, zum Verschenken, Preis-Leistungs-Verhältnis, Robustheit. Den Preis für diesen Artikel und weitere Informationen finden Sie über den Link am Ende der Videobeschreibung. Die Endnote für dieses Casio Produkt ist 8.8 von 10 Punkten. Es ist der Bestseller. Seine Stärken sind, Preis-Leistungs-Verhältnis, für Anfänger. Wenn Sie weitere Informationen suchen und den aktuellen Preis für dieses Produkt sehen möchten, klicken Sie auf den Link in der Beschreibung unter dem Video. Die abschließende Bewertung dieses Casio Artikels ist 9.4 von insgesamt 10 Punkten. Das ist das Beste aus dieser Auswahl. Seine Funktionalitäten sind, für Anfänger, Qualität, Haltbarkeit, Preis-Leistungs-Verhältnis. Wenn Sie an diesem Produkt interessiert sind und mehr darüber erfahren möchten oder einfach nur den Preis wissen wollen, klicken Sie auf den Link am Ende der Videobeschreibung. Casio wurde mit diesem Artikel eine Endnote von 9.4 von 10 gegeben. Es ist das Exklusivste in dieser Auswahl. Wir halten dieses Produkt für ein gutes Modell für diejenigen, die etwas Einfaches und dennoch Effizientes suchen. Wenn Sie weitere Informationen zu diesem Produkt wünschen oder es kaufen möchten, klicken Sie auf den Link in der Beschreibung am Ende des Videos. und dann sehen Sie auf den Link in der Beschreibung am Ende des Videos.